ja mo mo leute euer seo hier und herzlich willkommen hier in der freien wildbahn mit mir zusammen der hier einfach mal rumchillt in seiner pause heute nur ein kleines info video ich habe heute für euch heute keine folgen meine familie ist derzeit da und die ganzen kinder die schreien alle rum und ich hoffe es erst einmal irgendwie mitten in der nacht aufzunehmen und gestern habe ich mir einfach nur gedacht komm heute gehst mal schlafen heute brauchst du den schlaf und deswegen kommt heute leider nichts aber morgen bin ich auf jeden fall für euch wieder da und dann sehen wir uns ja wieder also keine sorge ich bin ja da haut rein